Das sind Maria und Max Mustermann. Die beiden leben in Krumbach. Schon lange sind sie ineinander verliebt. Sehr verliebt. Maria und Max sind sehr aufgeregt, denn sie sind jetzt zu dritt. Willkommen in Krumbach, Moritz. Beim Familienstützpunkt im Bürgerhaus finden die beiden wertvolle Tipps. Der kleine Moritz ist plötzlich gar nicht mehr so klein. Moritz ist jetzt ein Teenager und steckt voller Tatendrang. Wie jeder Teenager macht er seinen Eltern manchmal ein bisschen Sorgen. Maria und Max gehen daher zum Elterntalk im Bürgerhaus. Da können sie sich mit anderen Eltern austauschen, die ganz ähnliche Probleme haben. Das gilt auch für Frau Mutlu. Frau Mutlu erzählt Maria von den anderen offenen Treffen im Bürgerhaus. Sie geht zum interkulturellen Frauenfrühstück und lädt Maria ein, mitzukommen. Gemeinsam gehen sie zu einem Vortrag zum Thema Mutterburnout. Klingt spannend. Maria ist beim nächsten Frauenfrühstück dabei. Der Austausch macht ihre Alltagssorgen etwas kleiner. Einige Tage später ist Onkel Martin zu Besuch. Onkel Martin erzählt Moritz gerade, dass er im Bürgerhaus Freunde gefunden hat. Einmal im Monat treffen sich Menschen mit Handicap, um sich gegenseitig zu unterstützen. Moritz geht in sein Zimmer, um Musik zu hören und denkt über das nach, was Onkel Martin gesagt hat. Anderen Leuten helfen ist eigentlich eine gute Sache, stellt er fest. Und so beschließt er, sich im Bürgerhaus bei der Nachbarschaftshilfe zu melden. Frau Meier ist mit ihren 78 Jahren nicht mehr so gut zu Fuß. Das Einkaufen fällt ihr daher schwer. Dieses Problem hat sich für sie jetzt aber erledigt. Skaten findet Moritz super. Das kann er prima mit dem Einkauf für Frau Meier verbinden. Und seine Mama nervt nicht mehr so oft. Noch mehr gute Nachrichten. Max hat an der VHS einen Französischkurs erfolgreich abgeschlossen. Jetzt kann er im Urlaub viel besser mit den Leuten reden. Nach einem schönen Frankreich-Urlaub freuen sich die Mustermanns aber sehr darauf, wieder nach Krummbach zurückzukehren. Maria und Max sind inzwischen nicht mehr die Jüngsten. Die Jahre ziehen ins Land und die ersten Wehwehchen machen sich bemerkbar. Zeit, an die Rente zu denken. Die beiden gehen ins Bürgerhaus, um ihren Rentenantrag auszufüllen. Und während die beiden noch plaudern, verliebt sich Moritz in Merien. Und unsere Geschichte beginnt von vorn. Wir lieben Krummbach und wollen das Leben hier noch ein bisschen schöner machen. Das Bürgerhaus steht allen Krummbachern offen. Du hast Fragen oder möchtest deine Ideen einbringen? Dann wende dich ans Quartiersmanagement. Die Mitarbeiterinnen im Bürgerhaus freuen sich auf euren Besuch. Die Mitarbeiterinnen im Bürgerhaus freuen sich auf euren Besuch. Die Mitarbeiterinnen im Bürgerhaus freuen sich auf euren Besuch. Die Betrie Verlattung in ihrem Betriebs in dieser goosnie bewusst. Und die Großteil her Sorgen ist eine Selngst forced auf euren Besuch. Und die Musik da zurück in dieser Serngst du hat sich fuhr.